Hallo YouTube, wie geht's euch? Ich bin hier heute bei uns in Hangelsberg, in unserem L38 Markt. Das ist so ein kleiner Supermarkt, man kann also mittags sich lecker Mittereisen holen, da kann man morgens schön frühstücken und ganz tolle Belegschaft dort, ganz nette Mädels, die da arbeiten und ein Supermarkt hat sich spezialisiert jetzt auf regionale Produkte, hier aus der Gegend, Gemüse, Obst, die backen selber, also ganz toller Laden und dieses Wochenende wird umgebaut. Alles noch schöner gemacht, als es eh schon ist. Und ja, da bin ich natürlich dabei und halte das ein bisschen fest. Also, kommt mit rein! Ja, die haben also wirklich fast alles hier, was man haben möchte. Also hier zum Beispiel so Haushaltsmittel, hier ist die Getränkeecke und hier wird fleißig umgebaut. Hier ist alles. Also hier ist noch ein Regal mit ganz vielen regionalen Produkten. Da haben wir hier oben Sirup und Öl, ganz viele leckere Marmeladen. Die sind alle super lecker. Hier läuft gerade ein Handwerker durchs Bild, das macht nichts. Ich bin ja hier nur Deko sozusagen. Die leckeren Kaffee aus der Kaffee-Rasterei in Bad Saarow. Wie kann man empfehlen? Ja, viele andere Sachen. Also da müsst ihr unbedingt mal vorbeigucken und euch hier mal eindecken. Und dieses Sortiment wird, wie gesagt, noch erweitert. Da kommt also noch vieles Tolle dazu. Ich bin selbst gespannt, was es wird. Und lasst mich da genauso überraschen, wie ihr euch überraschen lassen könnt. Day 2 Guten Morgen! Na? Ich filme das jetzt gleich hier. Guten Morgen! Guten Morgen! Wir haben den nächsten Tag und das Team hier war richtig fleißig. Also hier ist ja richtig was passiert. Hier haben wir jetzt die regionale Ecke mit der Milchtankstelle und den ganzen Produkten, die ich euch gestern schon erklärt habe. Und ansonsten ist vieles jetzt nach hinten an die Wand gewandert. Und auch hier ist jetzt der große Gang mit so dem ganzen täglichen Bedarf. Und ja, echt schön geworden. Jetzt wird alles noch fein eingeräumt, damit das für euch Montagmorgen wieder alles fertig ist und ihr schön einkaufen kommen könnt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.